Steinbock, wer kommt in der Liebe im April auf dich zu? Jemand, der viel Verantwortung für die Familie übernimmt und der plötzlich hier Single ist. Vielleicht wird ihm das hier alles zu viel, eine familiäre Situation. Es kommt hier zu einer plötzlichen Trennung. Ja, da sind Worte gefallen, die unter die Gürtellinie gingen. Ja, sehr rabiat mit den Rittern der Schwerter. Und dieser Mensch geht hier jetzt ein Risiko ein mit dem König der Stäbe, hört auf sein Herz und entscheidet sich für einen Neubeginn. Auch nochmal mit dem Page der Stäbe. Ein Neuanfang, er weiß zwar nicht, wo es lang ist.